So, das nächste Workout. Wir haben heute sechs Sätze für Muskelaustauern und zwar haben wir sechs Sätze, 500 Meter Rudern, 1 Kilo mehr Bike Urg oder 500 Meter Ski Urg, je nachdem was ihr habt und 15 Double Dumbbell Front Squats mit 22,5 und 15 Kilo. Wenn ihr zwei Kettlebells habt, dann macht ihr das mit 24 bzw. 16 Kettlebell oder eben einahmig, je nachdem was gerade da ist. Also sechs Sätze, 500 Meter Row oder 1 K Biker oder 500 Meter Ski und eben 15 Double Dumbbell Front Squats. Nach jedem Satz haben wir eine Minute Pause. Für diejenigen, die kein Equipment haben, machen wir das Ganze ein bisschen anders. Wir haben sechs Sätze, einen 400 Meter Run und 25 Jump Squats. Auch hier nach jedem Satz eine Minute Pause und viel Spaß dabei. Wichtig ist bei den Sätzen versucht, identische Rundenzahlen hinzukriegen. Dass ihr versucht so zu pacen, dass ihr natürlich die Squats immer am Broken gehen könnt, aber trotzdem versuchen wir identische Zahlen hinzubekommen. Postet eure Rundenzahlen einmal in die Kommentare und dann wünsche ich euch viel Spaß.